Mission Support Center ist wie ein Kontrollzentrum, aber in unserem Fall ist nicht Kontrolle, ist nur Support oder Hilfe, weil wir auf dem Mars so eine Zeitverzögerung in der Kommunikation haben werden von 10 Minuten in jeder Seite, so dass wir 20 Minuten Zeit sein, wenn ich eine Frage stelle, bis ich eine Antwort kriegen kann. Das ist deswegen nicht so einfach und das ist einige der wichtigsten Sachen, die wir hier auch in Manalobnitionen testen und deswegen in unserem Fall ist nicht eine Kontrolle, sondern eine Begleitung.